Titanic, eine der wirklich grandiosen Schöpfungen des deutschen Filmes. Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Aber wir haben noch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Rette sich, wer kann! Und der dramatische Höhepunkt dieses Filmes.